Da wären wir bei der nächsten Kanalvorstellung, Nummer 61 mittlerweile. Willkommen auf The Genre Play, alles um Minecraft. Mal wieder ein Minecraft-Kanal, hatten wir lange nicht mehr. Und an 77 Abonnenten hat der Kollege Facebook und Twitter-Account, auch ein Ask.fm-Account da unten. Guckt mal in seine kurz-aber-feine Beschreibung. Hey Leute, Bock auf Games und anderen Shit? Dann schaut meine Videos. Jeden Tag kommt Minecraft, falls ich Lust habe, FIFA 13. Sonst so viel Crap. Okay, kurz und knapp gehalten, man könnte noch dahinter schreiben, was für Tagen. Okay, bei Minecraft steht es ja jeden Tag Minecraft, aber bei den anderen Projekten... Man könnte, man muss aber nicht. Ist jetzt kein Minuspunkt, wenn ich hier Punkte verteilen müsste. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch. Wenn ja, könnt ihr ja ein Abo da lassen. Meine Musik ist von HarperFjotMusic und Bye Bye Copyright. Wo ihr alle Musik findet, die euch gefällt. Muss ich sagen. Also von den beiden will ich mir auch ein paar neue Soundtracks holen. Für mein bald hoffentlich startendes Minecraft-LP, wenn alles gut läuft. Oder auch Minecraft Together. Müsste auch bald starten, wenn alles glatt läuft. Und ja, hier unten steht nochmal was auf Englisch. All Copyright Trade Media is owned by various effective companies. Videos uploaded are commentary in nature as defined under the fair use policy of copyright. Und hier unten hat er noch... Dat YouTuber, unter anderem Floyd, war ja erst dabei beim Let's Play Poker 4 auf den Bahamas. So, dann gucken wir mal bei seinen Videos vorbei. Wie hat er denn bislang? Oh, da hat er schon ein paar. Hexit macht er unter anderem. Ah, ist nicht so mein Ding. Aber habe ich schon mal gespielt. Also, ich spiele Hexit lieber als Feed the Beast. Falls mich jetzt welche fragen, hey, wollen wir mal ein Together machen oder so mit Feed the Beast? Nee. Never ever. Da seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Hexit, okay. Da lasse ich mit mir reden, wenn ich drauf Bock habe. Aber jetzt erstmal nicht in der nächsten Zeit. So, hier hat er verschiedene Folgen hochgeladen von Minecraft Sparks Challenge. Das müssen wir auch nochmal angucken. Das sagt mir soweit nix. Vielleicht eine Challenge von Spark of Phoenix oder so, die er nach... Die er absolvieren muss. Weiß ich nicht. Ich kann mir darunter nichts vorstellen, weil ich das noch nicht gesehen habe. Müsste ich mir auch mal angucken. Ja, wie gesagt. Minecraft, Minecraft, Minecraft Ender Games. Das ist eine Folge zum Beispiel. Ein neuer Spielmodus. Auf dem Gommelserver. Ja, also hier ist wieder was für die Minecraft, Freunde. Wenn es euch gefällt, hinterlasst ein Abo. Kommentare und Likes sind, wie gesagt, immer gerne gesehen. Auf The Genre Play. Genauso wie auf allen anderen Kanälen. Und ich wünsche dir auch weiterhin viel Glück. Toi, toi, toi. Alles Gute fürs Jahr 2014. Hoffen, dass du, weil du die 200 Abos erreicht... Erreißt? Hast ja nicht mehr viel. Sehen dir nur noch 23. Und falls ihr euch bewerben wollt, wie immer eine PN an mich. Und schon seid ihr auf meiner imaginären Liste mit dabei, ne? Also, das war's. Von The Genre Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Euer Aspilp. Macht's gut.